Es war einmal ein kleiner Fuchs namens Felix, der immer sehr neugierig war. Eines Tages beschloss er, in den Wald zu gehen und alles über die Tiere und Pflanzen dort zu lernen. Er traf eine alte Eule, die im Wald lebte und viel Wissen über die Natur hatte. Die Eule erzählte Felix von den verschiedenen Pflanzen und Tieren und gab ihm wertvolle Tipps, wie man sich im Wald verhalten sollte. Felix hörte aufmerksam zu und lernte viel von der Eule. Er folgte ihren Ratschlägen und verhielt sich immer respektvoll gegenüber den anderen Tieren im Wald. Eines Tages traf er jedoch auf einen dummen Hasen, der ihm sagte, dass er keine Angst haben und alles nehmen sollte, was er wollte. Felix war verwirrt und wusste nicht, was er tun sollte. Schließlich entschied er sich dafür, der Eule zu vertrauen und ihre Ratschläge zu befolgen. Der Hase hingegen beschloss, dem Fuchs zu folgen und alles zu nehmen, was er wollte. Er nahm sich Obst von den Bäumen, grob Wurzeln aus und störte sogar die Tiere in ihren Bauten. Am Ende des Tages kehrte Felix glücklich und zufrieden in seinen Bau zurück, während der Hase leer ausging und sich über seine eigene Dummheit ärgerte. Er hatte sich die Zähne an harten Nüssen ausgebissen, sich die Pfoten an Spitzenwurzeln verletzt und hatte sich sogar mit einem Bären angelegt, der ihm nachstellte. Moral, es lohnt sich, auf die Weisheit älterer und erfahrener Menschen oder Tiere zu hören und ihren Rat.